Ich würde sagen, jetzt komm, ich gucke mir den ganzen Spaß hier mal an. ...Strikes und ich rede nicht von Bowling, weil da kriege ich sowas nie hin. Es ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz auf YouTube, dass man Videos von anderen nicht strikt, auch wenn sie Videoinhalte von einem... Helena, seit wann so ehrenhaft am Start? Sagen wir mal bitte, seit wann so ehrenhaft am Start? Freut mich sehr, wirklich. ...benutzen, außer vielleicht, wenn man jetzt wirklich komplett beleidigend ist oder sowas. Jetzt gibt es allerdings einen Fall, wo das Ganze einfach so missachtet worden ist. Und zwar ABK vs. Michael Adrian, meine Freunde. ABK sollte euch auf meinem Kanal ja eigentlich auch bekannt sein. Michael Adrian ist ein homosexueller Influencer, der auf YouTube vor allem Videos über Haare und solche Dinge hochlädt. ABK hat vor einigen Monaten, um genau zu sein vor 5 oder 6, ein Video hochgeladen, wo er sich ein bisschen über die Mimik und Gestik von Michael Adrian lustig macht. Denn Michael ist ein Typical Boy, der die ganze Zeit Anglizismen and English Words benutzt und sich dazu etwa so he moved. Im Video selber... Fühle ich by the way genauso. Ne, wir hatten das ja schon bei ABK, als wir darauf reagiert haben, haben wir das auch schon gesehen. Diese Anglizismen oder diese sinnlosen Nebensätze, die auf Englisch reingehauen werden. Nur um dann nochmal ein bisschen ganz kühl zu sein. Das kotzt mich richtig. Also ich finde, das nimmt die Authentizität komplett weg. Da waren allerdings keine homosexuellen Äußerungen seitens ABK vorhanden. Es ging wirklich einzig und allein um das Verhalten, was Michael Adrian an den Tag legt. Michael und ABK auf Instagram geschrieben und Michael hat halt so ein bisschen sein Problem geschildert. Dann plötzlich wurde das Video wegen Cybermobbing gesperrt und dann meinte Michael so erst, jo, danke fürs Beschweren. Und dann so, boah. Das Video wurde gestrikt? Oh, das wusste ich aber nicht. Also offensichtlich hat er dieses Video striken lassen. Wie kann man denn versuchen, das so schlecht zu spielen? Das Video war halt vorher schon ab 18 und war ja ebenfalls schon 15. Also ich muss auch sagen, ich finde diesen Michael Adrian, finde ich sowas von lost, aber schon immer gewesen. Weil ich kann, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ne? Also ich akzeptiere generell jeden Menschen. Aber ich finde, er macht sich, oder er macht diese Homosexualität durch diese Redensart. Also wie er redet mit diesen Nebensätzen in Englisch, macht er die lächerlich irgendwie. Also gerade dieses extra bitchhaft, also keine Ahnung. Es gibt manche Menschen, da weiß man ganz genau, das machen die nicht mit Absicht. Die können, die können nichts dafür, dass die so reden. Dass sie eine hohe Stimme haben, was weiß ich. Aber er macht das so mit Absicht, dieses bitchhafte. Wirklich, das, das ist für mich, ne, das ist für mich ein Trauerspiel. Es ist schon ziemlich komisch, dass genau an dem Tag, wo Michael sich darüber beschwert, das Video auf einmal doch gegen die Richtlinien verstößt, oder nicht? Michael hat sich dann noch per Instagram-Story über dieses Video beschwert und war jetzt halt doch auf einmal der Meinung, dass da ja schon einige homophobe Äußerungen drin waren. Obwohl er, wie gesagt, halt selber drauf reaktet hat. Er hat das geschnitten, hat das hochgeladen und alles war in Ordnung. Und jetzt auf einmal ist es halt doch homophob. Also ganz komisch. Bei denen ist halt auch alles homophob. Sobald du auch nur das kleinste Wort benutzt, ist das homophob, weißt du. Das ist halt auch so lost. Patrick, schön, dass du da bist, Bruder. Klung auf jeden Fall. ABK hat dann ein Video hochgeladen, wo er sich gegen diese ganzen Fronts einmal äußern wollte. Ich gucke kaum Albion. Dabei hat er natürlich auch Instagram-Stories von Michael eingeblendet, um halt zu zeigen, auf was er sich da eigentlich bezieht. Im Video war er aber ansonsten zu 100% sachlich. Er hat nicht einmal beleidigt, hat nicht eine homophobe Aussage oder sonst irgendwas in diesem Video gebracht. Michael hat sich natürlich nun gedacht, oh, gäh, so nicht. Und hat das Video über sein Netzwerk TubeOne einfach mal wegen Copyright-Verletzungen striken lassen. Also ich habe auch das Gefühl, du kannst die sämtliche Scheiße striken lassen, ohne dass du so richtig mit drin bist. Du kannst einfach alles striken lassen. Sobald du ein Netzwerk hast, ein großes, dann, das juckt dir einfach nichts, ne. Sag es einfach, bitte strike die. So, wenn du eine große Reichweite hast, dann striken die die. Egal, ob was passiert oder nicht, das machen die dann halt auch einfach. Hier nochmal ganz kurz klarstellen. ABK hat, wie gesagt, nur Einheiten verwendet, wo es sowieso um ihn gegangen ist. Und er hat sich auch auf diese Sachen bezogen. Also er ist darauf eingegangen, was er vorher gezeigt hat. Alleine vom Rechtlichen her ist dieser Strike halt überhaupt nicht haltbar. Denn auch in Deutschland ist es zum Beispiel durch das Zitatrecht erlaubt. Tim Ehrmann hatten Tim und ABK keinen Streit. Ehre, dass er auf der Seite steht, die Recht hat. Ja, natürlich. Also erst mal, ja, ich finde es auch gut, dass er da natürlich objektiv bewertet, aber würde ich halt genauso machen. Also es wäre jetzt auch dumm, sinnlos gegen ABK zu schießen, wenn man weiß, dass ABK ihm recht liegt. Weil damit würde sich Tim lächerlich machen. Und dazu hat Tim auch irgendwann die Schnauze voll, die ganze Zeit von ABK-Leuten zugespampt zu werden, über die ganze Zeit jetzt. Also ich, keine Ahnung, wäre ich jetzt an Tims Stelle, hätte ich es genauso gemacht. Und es ist bei mir genauso. Ich habe auch kein Problem mehr mit Assi-TV. So, der macht sein Zeug. Ich fand sogar das eine GTA-Video relativ lustig. Und das kann ich auch so sagen. Da muss ich auch mir nicht, ja, keine Ahnung, nicht aus Stolz oder aus Ehre sagen, dass es Kacke ist, was er macht. Nein, ich kann doch ehrlich meine Meinung sagen. Hat ABK ja auch die ganze Zeit getan. Tobi, ich grüße dich. Außerdem war auch der Instagram-Name... Tobi, wo hast denn du alte Scheiße gelassen? Ich sag dir, kommt immer zusammen. Dominik, ich grüße dich. ...mit eingeblendet, das heißt, die Quelle wurde hier auch angegeben. ABK könnte jetzt halt rein theoretisch sogar rechtliche Schritte gegen TubeOne eingehen. Eventuell sogar eine Schadensersatzforderung, da natürlich sein Gewerbe durch diesen Strike erstmal geschädigt worden ist. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er das macht. Allerdings ist das halt so ein bisschen mein Eilmann-Denken. Aber auch aus einem ganz anderen Aspekt finde ich diese Aktion von Michael wirklich unter aller Sau. Und zwar ist er ja erstmal aus dem Nichts gekommen und hat ABK einfach... Unter anderem sagt er zwar auch, dass er ihn jetzt nicht für das Gaysein beleidigt hat, es aber schon homophob ist, wie er sich über seine Gestik und Mimik lustig gemacht hat. Später in den Storys sagt er sogar noch, dass ABK sich bei allen LGBTQ-Leuten entschuldigen soll, weil das ja ein Angriff auf die Leute war. Obwohl er halt vorher noch gesagt hat, dass das nicht der Fall war. Also direkt in zwei Instagram-Stories widersprochen. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber alleine dieser Punkt ist natürlich schon völliger Blödsinn. Willst du uns jetzt klar machen, dass jeder, der schwul bzw. homosexuell ist, genau so excited hier rumläuft und moved? Meine Poren tanzen vor Glück. Das hat doch rein gar nichts mit deiner Sexualität zu tun. Ich habe generell das Gefühl, bei so Leuten, die sich halt genauso geben wie er, so dieses auf was Besonderes machen, so Denglish sprechen, so komische Bewegungen machen, dass sie das halt meistens nur tun, weil sie halt irgendwie was Besonderes sein wollen, weil sie Aufmerksamkeit möchten. Sie brauchen halt irgendein Alleinstellungsmerkmal und alleine sein ganzes Image, wie er sich hinstellt, ist ja schon ein bisschen was Besonderes, muss man sagen. Guck mal, wie ich rede, guck mal, wie ich bin, außerdem bin ich schwul und jetzt guckt auf mich, ich bin was Besonderes. Ja, es war nicht leicht, der einzige Schwule im Dorf zu sein. Genauso wie der Prinz und Co. damals. Sowas kritisiere ich zum Beispiel an dir, aber trotzdem ist es mir kackegal, ob du jetzt schwul bist oder nicht. Wenn du hetero wärst, dann würde ich dich für genau die gleichen Punkte kritisieren. Digga, von mir aus kannst du nachher noch 50 Schwänze lutschen, dich vollspritzen lassen und dann als Geist in deiner Wohnung rumlaufen. Das ist mir sowas von vollkommen egal. Aber dass du ein komplett falscher Mensch bist und dich teilweise schon ziemlich cringe verhältst, das kann ich doch trotzdem kritisieren, unabhängig von deiner Sexualität. Sich alleine so komisch da in die Opferrolle zu stecken, ist halt wirklich schon maximal peinlich, muss man sagen. Auf jeden Fall hat ABK ja kaum schon eine andere Möglichkeit, um öffentlich Stellung zu deinen ganzen Aussagen zu beziehen, um klar zu machen, dass er eben nicht homophob ist. Das wiederum erträgt dann aber dein Ego nicht und lässt dann noch sein Video sperren. Du nimmst ihm damit einfach öffentlich die Möglichkeit, sich zu deinen Fronts und Äußerungen irgendwie zu äußern und vielleicht mal seine Sichtweise zu veröffentlichen. Und homophobes Verhalten sollte heutzutage auf gar keinen Fall toleriert werden. Niemand kann etwas für seine Sexualität. Außerdem soll doch jeder einfach das lieben, was er möchte, solange er damit keinen anderen schadet. Was juckt es mich, ob sich zwei Männer küssen oder zwei Frauen? Außer da ich das bei zwei Frauen vielleicht ein bisschen geil finde. Aber jemanden öffentlich genau in diese Ecke zu drängen, obwohl man genau da... Ja, das merkt man halt extrem, ne? Dieses, dieses mit Absicht, die man in diese, in diese Position zu zwingen, finde ich halt sowas von losten. Das finde ich auch gut, dass Tim sich halt hier drüber aufregt, weil es ist halt einfach original nicht so. Wenn, wenn man ABK kennt, dann weiß man ganz genau, dass er der Letzte ist, also wirklich der Letzte ist, der, der Homophobie verbreiten würde. Liebe Grüße von meinem Mama. Ja, danke. Ach, hast du gequatscht? Hä? Hast du gequatscht mit ihm? Ja. Schön. Äh, ja, ich muss halt sagen, dass ABK halt wirklich ein toleranter Mensch ist. Sehr, sehr freundlich und ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass es wieder welche gibt, die ihn in eine Rolle drängen wollen. Zumal ich auch wirklich ABK mega sympathisch finde. Also von daher, äh, zu ihm habe ich wirklich nichts Negatives auszusetzen. Auch wenn ich natürlich manche Videos mir angucke und mir denke, ja, ist ein bisschen zu asozial, aber so die Werte, die er vertritt, finde ich halt echt, echt okay. Also echt in Ordnung. Wenn in der Gesellschaft teilweise schon geächtet wird, kann halt wirklich saugefährlich werden. Du schadest mit so einer Sache. ABK wirklich enorm. Erstmal hast du sein Video striken lassen. Das heißt, sein Kanal läuft generell erstmal Gefahr, gesperrt zu werden, beziehungsweise kann er eventuell auch für eine bestimmte Zeit keine Videos mehr hochladen. Das heißt, du schadest auch einfach seinem Gewerbe, seinen Einnahmen, seiner Lebensgrundlage. Stell dir mal vor, auf einmal wäre sein Kanal weg und er würde halt kein Geld mehr damit verdienen. Gut, ich weiß nicht, ob er viel Geld damit macht, aber ein bisschen was bestimmt. Wie würdest du dich denn an seiner Stelle fühlen? Würdest du dann sagen, ja, da hast du halt irgendwie Pech gehabt, Bruder? Ich glaube, du wärst der Erste, der sich darüber beschweren würde und das Ganze wieder darauf schiebt, dass er ja schwul ist. Stell dir mal vor, irgendwelche Leute wollen jetzt mit ABK nichts mehr zu tun haben, weil sie davon ausgehen, dass er homophob ist, weil du einfach Lügen über ihn verbreitet hast und er sich dazu nicht mal öffentlich äußern kann, weil du sein Video halt einfach hast sperren lassen. Würdest du sowas in seiner Situation in Ordnung finden? Ich glaube nicht. Denk mal ein bisschen drüber nach. Mal ganz abgesehen davon ist das ein Verhalten, wo ich schon sagen würde, dass die Meinungsfreiheit so ein bisschen eingeschränkt wird. Denn du nimmst ihm einfach die Möglichkeit, auf seinem Kanal seine Meinung zu veröffentlichen, zu Dingen, die du über ihn behauptet hast. Das muss man sich mal überlegen. Es ging nur über Dinge, die du über ihn gesagt hast. Und du lässt es striken. Boy! Und das, obwohl er halt wirklich in diesem Video übt. Alter, seit wann ist denn Tim so drauf, Leute? Das ist ja das erste Mal, dass er sich so verhält. Das ist ja Wahnsinn. Ich finde es gut, wie authentisch er das rüberbringt. Das finde ich sehr, sehr stark. Ich glaube, jetzt hat er wieder die LBK-Leute auf seiner Seite. Da würde er sich jetzt auf jeden Fall freuen, daraus den Profit ziehen. Ich meine, guck mal die Bewertung an. Zack, schon ABK in Schutz genommen. Zack, krass, Likes. Easy. Überhaupt nicht beleidigt hat. Da war nicht eine einzige Beleidigung drin. Weder gegen deine Homosexualität, noch gegen sonst irgendwas. Es gibt einen Reupload von diesem Video. Ich packe euch das mal in die Beschreibung. Ladet euch das Video am besten schon mal runter, falls ihr das auch wieder striken lässt. Jungs, das ist halt wirklich von ABK einfach nur 100% Real Talk. Und das sagt ein KuchenTV, der schon öfter Beef mit ihm hatte. Alleine, dass Tube1 überhaupt die Möglichkeit hat, so ein Video einfach so zu entfernen. Ich meine, das muss ja wirklich ein Tube1-Mitarbeiter eigentlich schon gemacht haben. Also kein YouTube... Manche Leute sind so böse, denen ist es egal, ob die den Job verlieren. Ja, ey, Helena, das ist auch lost. Also genauso ist es auch im Stream. Es gab immer Leute... Ne, der Typ, der hier dieses Geburtenvideo bei mir eingespielt hat. Das ist genauso. Also wäre ich jetzt komplett voll abhängig. Also würde ich das jetzt hier komplett hauptberuflich machen. Und ich mache es ja derzeit sozusagen hauptberuflich. Aber ich gehe ja dann ab nächster Woche arbeiten. Aber würde ich gar nicht arbeiten gehen und sagen, hier, das mache ich jetzt hauptberuflich. Denen ist es so scheißegal, dass sie einfach mir damit ans Bein pissen wollen. Und somit ich dann gebannt werde. Das geht halt gar nicht, keine Ahnung. YouTube-Mitarbeiter sieht dieses Video und denkt sich so, offensichtlich ist das nur Urheberrechtsverletzung. Daniel, ich denke auch. Nein, ist das halt nicht. Und rechtlich würde ABK wahrscheinlich sogar Recht bekommen. Das Ganze dauert natürlich in Deutschland leider immer Jahre. Und wenn er in Rente geht und dann der Strike zurückgenommen wird, ich glaube, dann hat er auch nicht so viel davon. Ich finde eigentlich, dass YouTube hier halt handeln muss. Dass Netzwerke heutzutage so eine Macht haben, dass die anscheinend einfach so aus ihrem eigenen Ermessen irgendwelche Videos entfernen können, wo Leute ganz sachlich und normal kritisiert werden. Ist halt... Mixer gibt es noch ein paar Tage, da kannst du dort noch streamen. Ja, Leute, lassen wir auf jeden Fall alle Mixer. Vielleicht starte ich dort nochmal durch. Vielleicht bekomme ich dann nochmal einen Millionendeal und darf dann auch auf Facebook Gaming streamen. ... wirklich gefährlich, um ehrlich zu sein. Tube One sollte entweder diese Funktion einfach komplett verlieren oder sie nur noch eingeschränkt nutzen können. Allerdings sind wir hier halt immer noch auf YouTube, deswegen glaube ich, dass sich halt nichts daran ändern wird. Tja, schade, hätte das bei irgendwelchen anderen Leuten gemacht, wäre vielleicht was passiert. Aber bei ABK, hm, der Typ ist uns egal. Du bist für die LGBT-Community halt genau das, was Achille Hildemann für die vegane Community ist. Du hilfst nicht, du schadest ihnen, weil du Kritikpunkte gegen deine Person einfach auf deine Sexualität schiebst, obwohl die nichts damit zu tun hat. Und ja, natürlich kann es nervig sein, wenn man nach Monaten immer noch irgendwelche ABK-Leute in seiner Community hat. Junge, ich kriege alle drei Tage eine Nachricht auf Instagram, dass meine Mutter auf den Strich arbeitet. Hashtag ABK-Army. Ja, aber damit muss man halt nun mal klarkommen, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Pack den Namen und alles, was die noch so schreiben, auf die Blacklist und gut ist, das ist noch lange kein Grund, um irgendwelche Videos striken zu lassen. Ich meine, du bist wahrscheinlich der einzige Schwule im Dorf, aber trotzdem geht dieses Verhalten einfach überhaupt nicht fit. Du schadest einfach grundlos anderen Menschen. Ist das für dich ein tolles, aufrichtiges Verhalten? Du bist einfach ein absolut falscher Mensch. Dass du nicht mal mit offenen Karten spielst, so wenigstens zugibst, dass du das erste Video striken lassen, ist halt wirklich schon arm. Bruder, geh in die Ecke und schäm dich. Ja, sehr gutes Video auf jeden Fall von Tim, gut seine Meinung vertreten und ich bin auch gar kein Film für diesen Michael Adrian. Er hat sich schon gesehen, dieses Heuchlerische, dieses jemanden in die Ecke drängen und dann noch striken lassen, ist halt für mich, geht gar nicht. Geht gar nicht und ist lost sein, oh Großvater. Seien wir jetzt immer ganz ehrlich. Geht gar nicht.